Nachdem die Bundestarifkommission der GDL am heutigen Tage einstimmig das Schlichtungsergebnis und die daraus hervorgegangenen Tarifverträge zugestimmt hat, ist es für die GDL die normalste Sache der Welt, dass wir anschließend eine Urabstimmung unter unseren Mitgliedern durchführen und sie befragen, ob sie das Tarifergebnis, das wir hier gemeinsam erzielt haben, auch annehmen. Wir werden dazu in den nächsten Wochen erneut an die Heimatadressen unserer Mitglieder die entsprechenden Briefwahlunterlagen versenden, wo sie abzustimmen haben, ob das Tarifergebnis abgenommen wird oder nicht. Insoweit sind wir an der Stelle sehr froh und auch sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, ein Kompromisspaket, ein Tarifpaket zu schnüren, das von der Bundestarifkommission mit so einem Votum auch angenommen worden ist. Im Rahmen der Schlichtung ist es lange Zeit für uns nicht erkennbar gewesen, ob es uns tatsächlich gelingt, das alles positiv zum Abschluss zu bringen. Ich darf an der Stelle sagen, danke an alle unsere Mitglieder, danke an alle unsere Kämpfer, die unterwegs gewesen sind und unsere Mitglieder immer wieder motiviert haben. Unsere Amtsinhaber, dank an den Hauptvorstand, dank an die Bundestarifkommission und dank an jedes einzelne Mitglied, das dafür Sorge getragen hat, dass die eigenen Arbeits- und Einkommensbedingungen hier entscheidend verbessert werden können.